Da ist fast das Ding besser. Ja, dort ist gerade etwas schlechter aufgestellt als Mitz. Ja, kann ich hier geben, bringe ich hier nur nicht gerade viel gerade. Hm. Ach, das hier ist der. Glühwürmchen gegen Drachenbahn. Wobei, Drachenbahn macht einfach plus drei, also ETW besser. Macht auch mehr Schaden, aber Glühwürmchen macht Feuerschaden. Na, dann hebt man das Glühwürmchen auf, falls wir wieder auf Trolle treffen. So, so. Ring des Schutzes und Prinzenring ist dasselbe. Okay, welchen Helm? Kiel's Helm? Kiel's Helm? Ne, wo ist Baldurans Helm? Den trägt wahrscheinlich schon einer. Dann nimmst du den Helm, der ist gut. Trennung, Beschützer des Tals. Kriege des Schattens, das war kurz Schwert. Okay. Okay. Okay, das kann ich sonst von einem von dem Bein. Und sie hat schon die Geschicklichkeit. Und sie hat die Pirscherhandschuhe. Ja. Dann kann das erstmal wieder in den übervollen Beutel. Mal kurz gucken, wer trägt Baldurans? Sie trägt Baldurans Helm. Gut. Okay, jetzt sind wir alle wieder soweit. Gucken wir mal, was kann sie davon alles lernen? Gar nichts, okay. Das heißt, die Sachen können wir auch verkaufen. Worum ihr braucht, nur zu fragen. An army marches on its stomach. So, also erstmal verkaufen. So. Hier drin. Oh, ist fünfmal Hast gelandet. Wobei, das können wir auch beides verkaufen eigentlich. Ja, ich habe viele feine Wäsche. Okay. Okay. Dies verkaufen, das verkaufen. So, gucken wir mal kurz. Sind alle Zauberslots bei mir gefüllt? Ja. Bei ihr? Ist ziemlich viel mit gewagten Hexer reingefüllt. Noch ein Chaos-Schild vielleicht. Der Rest sieht gut aus. Sieht hier auch gut aus. Sieht hier auch gut aus. Gucken wir mal, ob wir Fünfer Zauber für sie finden. Wie ihr wünscht. Monster haben bei Rufu, zum Beispiel. Bresche wäre auch nicht schlecht. Seelenrüstung ist nur grad vier. Und dann fangen auch nur grad vier. Also die sind sortiert. Also nehme ich grad die beiden. Bresche und einmal Beherrschung. Worum geht ihr Brauch? Nur zu fragen. So, diese beiden sind... Oh, hast du vielleicht noch irgendeinen interessanten Ring? Ja, außer dem Übrigen des Schutzes hast du, glaube ich, nichts. Nein. So, dann kann ich jetzt mit meiner richtigen Truppe... Jetzt ist meine Truppe nämlich wieder so, wie sie sein sollte. ...zurückkehren in dieses Lager. Und herausfinden... ...wer hier... ...den Dinger geschmissen hat. ...machst du das vielleicht? Oh, und ich wollte ja... ...hätte ja noch mit den Ogern reden sollen. ...seid gesegnet im Licht, geht weiter. Wie schön meine Meditation verschwindet. Seid gesegnet im Licht, geht weiter. Oh, ich rieche Magie. Ich habe ja gesagt, ihr sollt weitergehen, Freund. Was bewacht ihr hier? Das ist Master Wichards Arbeitsbereich. Und der Wagen ist nicht, wenn Leute hier rumhängen. Ich übrigens auch nicht. Haut ab. Ich habe versucht, freundlich zu sein. Und ich sage mir, so in der Pause... ...seht mich an. Glaubt ihr wirklich, dass es gut für euch enden wird? Wie ihr meint. Gesegnet. Karm schickt mich, um meine Schrifthund aus dem Wagen zu holen. Ich denke nicht. Ich glaube euch. Dieser Teil des Lages ist für alle außer Bargis und Meister Wichard gesperrt. Haut ab. Ich habe es freundlich... Ich habe versucht, freundlich zu sein. Ihr sagt, wie ich soll abhauen. Seht mich an. Glaubt ihr, dass es gut für euch enden wird? Nicht für euch. Ergreifen. Ich werde erheben. Ich habe keine Schriftrolle des einschlagenden Verderbens. Und eine Plata-Fehler. Ja, ein Schritt näher dran, jemanden loszuwerden. Ihr wisst, von wie ich spreche, Adoy. Leicht einfach zu tragen. Leicht einfach zu tragen. Wichtiges Element des Dranges, der diesen verrückten Juni unter aus meinem Kopf bringt. Sehr nützlich. So, hier scheint auch was abzugehen. Ist es Zeit? Hormon? Es ist, Bargist. Danke. Und willkommen zu euch, nobel und wertvolle Servanten von euch. So, Jesus Bargist. Danke. Und willkommen, edel und würdige Diener von Kela. Ihr wisst, warum wir hier sind. Um den Segen der Götter zu halten. Und wir können es nicht in euch zu spüren. Ihr spürt es, oder? In eurem Herzen, in eurer Seele. Ihr wisst, ihr wisst, wir sind auf dem Pfad der Gerechten. Dieser Pfad wird uns dann in den dunkelsten Ort führen. Wir werden dem scheußlichsten Teufel begegnen, aber wir wissen, dass uns kein Teufel etwas anhaben kann. Danke, Hormon, und danke, Diener, der strahlende Dame. Kehr zurück zu euren Aufgaben. Seid sicher, dass wir in der Gunst der Götter stehen. Was zum Teufel war das? Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Fragen wir ihn doch einfach mal. Ich habe gehört, dass Brenno in der Nähe sein könnte. Haltet nach ihm Ausschau. Dieses Katapult hat den immensen Schaden auf Brückenfort niederregnen lassen und steht bereit, in Kürze noch mehr davon niedergehen zu lassen. Diese hochaufregende Statue vom Badenbrutenwürst des Mordes bricht über die Eberfellbrücke auf eine ebenso imposante Steilstatue von Zürich, dem wahnsinnigen Gott, der ihn getötet hat. May Kalar's light shine always upon you. Not question my orders. Yeah. worum geht es diesmal ihr braucht nur zu fragen da gehen wir jetzt mal wieder rein und geben die beiden die rolle und den kopf und alles und dann sehen wir weiter ok und kaum sind wir hier drin schwächt uns dieses teil schon wieder haben die die schriftrolle hier bitte gut trete zurück es ist erledigt was ist das dunkler geist wir sind gerätet am ende sind jedoch gar nicht wie vollkommen nutzlos gut gemacht so nur sie hat immer noch toll und wir ok dann benutzen wir selber die genesung wenn wir schon so eine schriftrolle haben oder kann sie teilweise genesung nein wie kann ich helfen wie ihr wünscht so früh zurück geschätzt sie immer ist inzwischen lange fort nein ich habe immer gefunden und die untoten die er auf mich hat auf mich warten ließ warte warte ihr liegt falsch ja ich habe immer umgebracht aber ich hatte einen guten grund ich habe herausgefunden dass er ein kultist von welscher wo welscher war hat die tonen bestohlen ich bin ihm eines nachts in dem weit gefolgt 10 11 12 13 13 14 15 16 Vielen Dank.